So, wir sind zurück beim Thema Kellerautomaten und kontextfreie Sprachen. Beim letzten Mal hatte ich Ihnen bereits in mehreren Videos erklärt, wie diese Kellerautomaten funktionieren, indem man nämlich einen Speicher zu den endlichen Automaten hinzufügt, den wir mit einzelnen Operationen in den jeweiligen Übergangsschritten schreiben und auch lesen können. Und wir haben gesehen, dass es möglich ist, für eine beliebige Grammatik einen passenden Kellerautomaten zu finden. Das war sogar recht einfach. Der Automat, wenn Sie sich erinnern, hatte letztlich nur drei Zustände mit der zusätzlichen Erweiterung, dass wir ganze Wörter auf unseren Speicher, auf unseren Stack legen können in einem Schritt, was man natürlich mit Hilfszuständen realisieren müsste vielleicht. Aber im Wesentlichen war dieser Zustandsgraf des Automaten sehr, sehr einfach. Und damit konnten wir schon beliebige kontextfreie Grammatiken darstellen. Und so haben wir gesehen, dass also die Kellerautomaten geeignet sind, um kontextfreie Sprachen zu erkennen. Was wir bisher nicht wissen, ist, ob die Rückrichtung wirklich auch gilt. Das heißt, ob kontextfreie Sprachen wirklich das Einzige sind, was so ein Kellerautomat erkennen kann, oder ob vielleicht der Kellerautomat einfach noch viel mehr kann und insofern zwar ausreicht, aber nicht besonders gut geeignet ist, um genau die kontextfreie Sprachen zu erfassen. Und das war ja unser Ziel. Das heißt, da wollen wir heute weitermachen. Ich werde Ihnen zeigen, wie man Grammatiken für Kellerautomaten finden kann. Und diese Grammatiken werden kontextfrei sein. Und damit erreichen wir dann die Charakterisierung, die wir uns beim letzten Mal schon gewünscht haben. Mein Name ist Markus Krötzsch. Herzlich willkommen zurück zu dieser Reihe zum Thema formale Sprachen und Automaten an der TU Dresden. Beim letzten Mal hatte ich ja schon behauptet, dass das, was wir uns hier wünschen, tatsächlich gilt. Hier steht es noch einmal geschrieben. Ein Satz, eine Sprache ist genau dann kontextfrei, wenn sie von einem PDA, einem Pushdownautomaton, einem Kellerautomaten akzeptiert wird. Und das hatten wir in zwei Teilbehauptungen unterteilt, beziehungsweise der Beweis erfolgte mit zwei Teilschritten, die wir uns hier angeschaut haben. Das erste ist die Umwandlung einer Grammatik in einen Automaten. Das zweite ist die Umwandlung des Automaten in die Grammatik. Und das ist das, was wir heute noch vor uns haben. Und wir werden sehen, dass das eigentlich letztlich auch nicht sehr schwer ist, aber doch ein bisschen aufwendiger, als es bei den Grammatiken war. Und dass hier vor allem vielleicht ist auch ein bisschen mehr Bedarf, um wirklich zu verstehen, was hier passiert und warum das funktioniert. Und ich habe mir einige Mühe gegeben mit meinen Folien, um Ihnen zeigen zu können, warum das, was wir hier tun, so und eben nicht anders gemacht werden muss und wunderbar funktionieren. Okay, das heißt, es geht jetzt in den Schritt 2. Teilsatz dazu sozusagen, oder Lemma könnte ich auch schreiben. Für jeden PDA P gibt es eine kontextfreie Grammatik G von P, sodass die Sprache des Automaten gleich ist zur Sprache dieser Grammatik. Also wir finden eine passende Grammatik. Wie kann das gelingen? Naja, also ein paar Tipps, intuitive Tipps zumindest, hatte ich vielleicht auf meinen letzten Folien und in den Videos schon eingebaut. Wir hatten ja Keller-Symbole in einer Schriftart und Formatierung dargestellt, die ganz ähnlich sind zu den Grammatik-Nicht-Terminalen. Und da wollen wir ein bisschen in Bezug sehen, aber das allein ist natürlich noch nicht wirklich so eine einfache Übersetzung. Also da fehlt noch eine ganze Menge, um eine Grammatik zu bilden. Die Beweisidee wird eher mit etwas arbeiten, dass das große Problem, vor dem wir hier stehen, nämlich die Sprache des Automaten im Ganzen in eine Grammatik zu übersetzen, in kleinere Probleme zerteilt und aus diesen kleineren Problemen dann die Gesamtlösung zusammensetzt. Aus den Lösungen für die kleineren Probleme, sollte ich sagen. Das ist also ein Vorgehen, das wir in der Informatik gut kennen und beherrschen und was sehr häufig angewendet wird, um schwierige Probleme zu lösen. Wir versuchen erst mal, Teile der Probleme zu lösen und dann aus diesen Teilen die Gesamtlösung zu bauen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie sieht so ein Teilproblem aus? Was ist das geeignete Teilproblem für die Analyse von Kellerautomaten, für die Sprache, die die Kellerautomaten akzeptieren können? Und was wir da tun werden, ist, dass wir für jeweils ein paar von Zuständen Q und R eine Sprache L von Q, R betrachten, die speziell für diese beiden Zustände definiert ist, durch den gegebenen Automaten P. Und zwar soll das die Sprache sein, die P akzeptiert, wenn man mit einem leeren Keller in dem ersten der beiden Zustände Q beginnt und letztlich in Zustand R wiederum mit einem leeren Keller endet. Das heißt, das ist ein bisschen eine Konstruktion, die uns erinnert an Dinge, die wir auch schon bei endlichen Automaten ohne Keller getan hatten, dass wir nämlich aus einem gegebenen Automaten einen modifizierten Automaten konstruieren, der einen vorgegebenen Anfangs- und einen vorgegebenen Endzustand hat, der nicht unbedingt jeweils dem Anfangs- und Endzustand des ursprünglichen Automaten entspricht. Aber alles andere bleibt erstmal gleich. Nur bei Kellerautomaten kommt jetzt noch dazu, dass wir nicht einfach nur irgendwo starten wollen, sondern wir wollen auch dort starten mit leerem Keller und wir wollen auch nicht irgendwo enden, sondern wir wollen am Ende auch einen leeren Keller hergestellt haben. Das heißt, wir wollen sagen, dass ein Wort in dieser Sprache LQR liegt genau dann, wenn es mit unserer verallgemeinerten Übergangsrelation, Sie erinnern sich, wie wir das beschrieben hatten bei Kellerautomaten, zwischen Konfigurationen können wir jeweils einen Übergang bilden, wenn es mit dieser verallgemeinerten Relation möglich ist, von der Konfiguration, in der wir in Zustand Q das Wort W an der Eingabe sehen und den leeren Keller haben, zu einer Konfiguration zu gelangen, in der wir uns in Zustand R befinden, keine Eingabe mehr zu verarbeiten ist und wiederum der Keller leer ist. Das kann in null oder mehr Schritten passieren. Okay, das ist die Sprache, die uns interessiert. Die Sprache LQR wollen wir mithilfe einer Grammatik darstellen. Das heißt, wir wollen Ableitungsregeln, Produktionsregeln finden, mit denen man die Grammatik, mit einer Grammatik diese Sprache erzeugen kann und diese Variablen, die jeweils für diese Teilsprache letztlich der Gesamtsprache stehen, nennen wir V von QR. Das ist soweit so klar. Inwieweit nützt uns das jetzt überhaupt, um das Gesamtproblem zu lösen? Naja, da muss auch noch ein kleiner Schritt geschehen und das ist der letzte Punkt, der hier steht. Wir müssen den Automaten P, der uns gegeben ist, ein bisschen abwandeln, nämlich so, dass P genau einen Startzustand Q0 hat und genau einen Endzustand Qf hat und außerdem sichergestellt ist, dass der Keller immer vollständig geleert wird, bevor Qf erreicht wird. Diese Abwandlungen sind nicht schwer zu erreichen. Einen Startzustand einzubauen ist relativ einfach. Wir haben ja Epsilon-Übergänge, das heißt, wir können einfach noch einen Zustand vor die Menge der Startzustände setzen, von dem aus man nicht deterministisch in irgendeinen der tatsächlichen Startzustände springen kann und dann reicht dieser eine Startzustand. Genau einen Endzustand zu haben, ist auch nicht schwierig mit ähnlichen Argumenten und das Leeren des Kellers ist auch etwas, was man immer am Ende tun kann, indem man einfach den Kellerboden markiert und sicherstellt, dass alles, was der Automat tut, diese Markierung intakt lässt und wenn wir dann an der Stelle sind, an der wir sagen, jetzt haben wir das Wort akzeptiert, jetzt würden wir eigentlich gerne aufhören im Endzustand, dann gehen wir noch in eine kleine Schleife, die alle Inhalte des Kellers poppt, bis denn der Kellerboden angetroffen wird und an der Stelle können wir dann erst zum letzten, tatsächlich finalen Endzustand übergehen. Und das lässt sich auch mit etwas bedacht, wenn man realisiert, man muss aufpassen, dass man keine Fehler macht bei so einer Transformation. Zum Beispiel möchten wir nicht den Keller halb leeren und uns dann doch nochmal anders überlegen, dass wir vielleicht doch noch weiter in den normalen Übergängen gehen können, das darf nicht möglich sein. Es muss wirklich klar sein, dass dieses Leeren am Ende des Laufs nur dann passiert, wenn wir wirklich schon sicher sind, dass wir jetzt alles gelesen haben und akzeptieren wollen. Oder zumindest, dass wir entschieden haben, dass wir an dieser Stelle in den Endzustand gehen wollen, der dann hoffentlich den akzeptierenden Lauf abschließt, wenn wirklich alles gelesen wurde bis dahin. Okay, also das sind Änderungen, die man machen kann und die Sie auch mit dem, was Sie wissen, machen könnten. Ich werde die hier nicht im Detail ausführen. Für jetzt nehmen wir einfach an, dass der Automat, mit dem wir arbeiten, diese Eigenschaften hat. Genau einen Endzustand, genau einen Startzustand und er sorgt dafür, dass der Stack geleert wird, bevor der Lauf endet. Okay, wenn wir das haben, dann können wir natürlich diese Hilfssprachen, mit denen wir hier zu tun hatten, wunderbar verwenden, um das Gesamtproblem zu lösen, denn dann ist die gesuchte Sprache des Automaten genau die Sprache, die eben von diesem Q0 zu dem QF führt und dabei den Keller leert. Denn das ist per Definition dann auch überhaupt die Gesamtsprache des Automaten. Da geht uns nichts verloren. Okay, und wenn wir das also beschreiben können mit einer Grammatikregel, dann ist das Gesamtproblem gelöst. Okay, das ist schon mal natürlich eine wichtige Idee, dass man so in Teilschritten vorgeht, dass man von einem Zustand zum anderen gelangen will und nicht gleich alles auf einmal macht. Diese Idee ist, wie gesagt, ein bisschen ähnlich zu den endlichen Automaten. Die Frage ist jetzt aber natürlich, wie kommen wir zu dieser Grammatik? Es ist jetzt nicht so einfach zu sehen, wie kann ich aus einem gegebenen Kellerautomaten, der mir jetzt mit seiner Übergangsfunktion und so weiter vorliegt, wie kann ich daraus die passenden Grammatikregeln erzeugen, um diese Teilsprachen zu spezifizieren. Und um das zu tun, hilft es, wenn man sich noch ein bisschen mehr Gedanken darüber macht, wie so ein Kellerautomat wirklich arbeitet. Und das versucht sich vorzustellen. Was kann diese Maschine, wie sieht ein normaler Lauf in einem Keller aus oder in einem Kellerautomaten aus, wenn dort etwas abgearbeitet wird. Und um das ein bisschen zu illustrieren, gut, da gibt es jetzt vielleicht viele Darstellungen, aber ich habe Ihnen mal eine vorbereitet, die vielleicht dabei hilft, zu verstehen, was hier passiert. Sie sehen hier, erstellt in mühevoller Kleinarbeit die schematische Darstellung der Konfigurationsfolge bei Akzeptanz eines Wortes aus dieser Sprache LQ0QF. Wie ist das hier zu verstehen? Naja, ein bisschen Beschriftung haben Sie ja schon. Also die bunten Kisten sollen der Kellerinhalt sein, der hier nach oben gestapelt wird. Das ist also eher ein Stapel als ein Keller. Der Stack, ja. Und entlang der X-Achse von links nach rechts zu lesen, sehen Sie sozusagen die Konfiguration des Automaten. Hier ganz klein stehen jeweils Zustandsbezeichnungen drunter. Die müssen Sie nicht alle lesen. Das ist nur zur Illustration, damit Sie sich vorstellen können, wie das vielleicht aussieht. Wir haben ja gar keinen spezifischen Automaten hier. Also das ist rein schematisch hier, dieses ganze Bild. Aber die Idee ist, dass also an jeder Position hier eine Konfiguration dargestellt ist. Und die Konfiguration besteht jeweils darin, dass man, naja, einen Teil des Eingabewortes noch vor sich hat. Das Eingabewort sehen Sie hier unten an den Übergängen. A, B, A, B, B. Es gibt auch einige Epsilon-Übergänge, die sind natürlich nicht Teil des Eingabewortes, aber im Prinzip haben wir hier eine Folge, die verarbeitet wird. Und das, was hier jeweils eine Konfiguration ausmacht, ist also der Zustand des Automaten, der Inhalt des Kellers an dieser Stelle und das Eingabewort, das noch folgt von diesem Moment an und was noch verarbeitet werden muss. Das waren die drei Teile einer Konfiguration, die können Sie im Prinzip auch in dem Bild hier sehen. Was ich jetzt hier darstelle, ist, wie so ein Kellerautomat, wie die Konfigurationsfolge sich zeitlich entwickeln könnte in so einem Automat. Also wie schon gesagt, hier haben Sie jeweils einen kleinen Pfeil, das sind die Übergänge mit den entsprechenden Eingabesymbolen, die gelesen werden. Wir beginnen mit dem Startzustand Q0, wir enden im Endzustand Qf und wir haben dann wieder den leeren Keller, genau wie am Anfang. Die Eingabe wird irgendwie in dieser Gesamtstrecke eingelesen und dazwischen baut der Automat einen Keller auf. Das Besondere jetzt bei diesem Automaten, beim Kellerautomaten ist, dass er eben nur von oben auf den Inhalt zugreifen kann. Das heißt, wenn wir etwas auf den Keller legen, dann können wir in einem Schritt jeweils nur das oberste Zeichen wegnehmen oder oben einzeln zulegen oder auch beides gleichzeitig tun. Dann ändert sich das oberste Zeichen. Das sehen Sie hier zum Beispiel hat sich mal ein gelbes in ein blaues geändert. Da wurde also gleichzeitig Push und Pop ausgeführt. In anderer Reihenfolge, ja, erst Pop, dann Push. Und so wurde dieses Kästchen blau, dann wurde ein gelbes aufgelegt. Das heißt, es wurde nicht gepoppt, aber gepusht. Und Sie sehen immer, in dem Moment, wo eine neue Lage hier oben draufkommt, bleiben die Dinge, die darunter liegen, erhalten. Da kann also sich nichts ändern. Es ist unmöglich, dass diese blaue Farbe hier irgendwie verschwindet von einem Schritt zum nächsten, wenn darüber noch irgendetwas liegt. Es kann jeweils nur in der obersten Ebene so eine Änderung geben. Und insofern sehen wir schon ganz gut, wie dieser Prozess arbeitet. Also wie über lange Strecken der Inhalt im unteren Bereich des Kellers gleich bleibt. Und die eigentliche Berechnung immer nur mit der oberen Grenzfläche geschieht. Das ist das, was der Automat anschaut, um überhaupt zu entscheiden, welche Übergänge möglich sind. Der Rest interessiert eigentlich nicht. Und insbesondere gilt auch, dass das, was wir hier sehen, genauso möglich wäre, wenn der Stack am Anfang nicht leer gewesen wäre, sondern einen festen, hier grau dargestellten Inhalt hätte, den wir während des ganzen Laufs überhaupt nicht anfassen. Also wenn diese fünf grauen Symbole hier irgendwie auf dem Stack gelegen hätten und wir nie in diesen grauen Teil reinlesen, indem wir so weit runterpoppen, dass das relevant wird, dann lässt sich natürlich genau das Gleiche tun. Wir enden dann halt nicht im leeren Stack, sondern in dem Stack, in dem wir angefangen haben mit fünf Elementen. Und das ist eine wichtige Idee für die Transformation, die wir machen wollen, dass nämlich das, was der Automat tun kann, wenn er mit einem leeren Stack anfängt, genau das Gleiche ist, was er auch tun könnte, wenn er in der Mitte des Laufs mit einem schon halb gefüllten Stack anfangen würde. Und das ist auch die Intuition, warum diese Teilsprachen LQ0, QF oder LQR, wie ich sie allgemein genannt hätte, nützlich sind. Ja, also die sind nicht nur dazu nützlich zu sagen, welche Wörter man akzeptieren kann, wenn man mit dem leeren Stack anfängt und im leeren Stack endet. Sie sind auch dafür nützlich zu verstehen, welche Teilwörter der Automat akzeptieren oder verarbeiten könnte erfolgreich, wenn er irgendwie in diesen Anfangszustand Q gelangt, dann dort irgendetwas berechnet und am Ende in Endzustand R endet, ohne wirklich in diesen grauen Bereich, der vorher schon gegeben war. Okay, gut, das ist also so unsere Grundidee, wieso diese Zerlegung vielleicht Sinn ergibt und wir hoffen, dass wir das irgendwie schaffen. Was können wir noch aus dieser Darstellung vielleicht lernen? Naja, eine andere wichtige Sicht, die wir haben, Sie sehen schon, hier gibt es mehrere Hügel in diesem Stack, ist natürlich, dass Teile dieses Laufs auch wieder als Teile einer bestimmten Sprache der Form LQR verstanden werden können. Also nicht nur der Gesamtlauf ist eben in der Sprache LQ0QF, sondern ich könnte zum Beispiel auch, wenn Sie mal die geschweifte Klammer hier anschauen, wenn ich, wo beginnt das, ja, also hier etwa bei dieser Stelle und es endet oder vielleicht etwas noch hier im blauen Teil, ja, das beginnt mit dem blauen und es endet auch wieder am blauen, an der blauen Linie hier. Das sind also die, das ist also ein Wort, was hier in der Mitte akzeptiert wird in diesem Teil des Laufs, das in der Sprache LQ9Q6 liegt, ja, Q9, mal schauen, ob das auch stimmt, ja, Q9 ist hier, das heißt, das ist die Konfiguration, in der das blaue noch nicht oben aufliegt, sondern im nächsten Schritt legen wir das blaue hinzu, dann steigt, wächst dieser Stack und wird dann wieder abgearbeitet, bis wir irgendwann dieses blaue Symbol, was irgendwann draufkam, wieder weggenommen haben und dann sind wir in Q6. Das heißt, dieses Teilwort, was hier in der Mitte gelesen wird, ist in Q9Q6, dieser Teilsprache. Und, ja, die anderen Klammern können Sie genauso verstehen, ja, hier haben Sie noch ein Beispiel, also das ist das Beispiel für den Orangenteil, also wir beginnen nicht ganz am Grauen, sondern wir beginnen einen Schritt später, als das orange Zeichen schon liegt, da ist das dann Q5 hier und hier ist Q4 und also dieses Wort wäre, dieser innere Teil würde auch wieder ein Wort aus so einer Teilsprache bilden. Okay, und da sehen Sie schon, wie man also die Lösung des Gesamtproblems, also wie komme ich vom Anfang zum Endzustand in verschiedene Teilprobleme zerlegen kann, die dann irgendwann so klein werden, dass man sie auch tatsächlich sinnvoll beschreiben kann, beziehungsweise, dass es tatsächlich dann eine geschlossene Darstellung gibt, die ausreicht, um da eine Grammatikregel daraus zu entwickeln. Okay, gut. Also das ist so die Grundintuition und dieses Bild und Varianten davon werde ich Ihnen vielleicht noch ein paar Mal zeigen. Jetzt wollen wir konkret werden und die Regeln, die hier dahinter stehen, könnten uns mal überlegen. Und dafür schauen wir mal genau an den Anfang und das Ende dieser Schrittfolge, die wir hier haben in dem Beispiel für Q0, Qf. Der erste Schritt, der hier passiert, ist, dass wir von Q0 nach Q5 wechseln und dabei das Zeichen A lesen und ein oranges Symbol auf den Keller legen. Das heißt, im Prinzip ist es so, dass die Übergangsfunktion Delta für den Zustand Q0, die Eingabe A und das gepoppte Symbol Epsilon, denn wir nehmen ja hier nichts vom Stack, also Epsilon bedeutet, wir poppen nicht, dass für diese drei Eingabe-Bestandteile es das Paar Q5 und Orange als ein mögliches Paar für den nächsten Übergang gibt. Es können natürlich noch mehr Paare hier sein, deshalb steht hier so ein Elementzeichen. Es ist ja ein nicht-deterministischer Automat, so ein Kellerautomat. Aber so beginnt das alles. Wir legen etwas Oranges auf den Keller und verarbeiten dabei ein A. Und ganz am Ende, wenn wir irgendwann mal zu einem Ende kommen wollen, muss natürlich dieses orange Symbol auch wieder vom Keller entfernt werden. Das heißt, da gibt es einen Übergang, bei dem wir in dem Fall in Zustand Q4 waren, ein B gelesen haben und Orange vom Keller entfernen mit diesem Pop und dafür nichts Neues hinzulegen. Das heißt, das Orange wird wirklich reduziert, es wird nicht einfach nur ausgetauscht. Und wir landen in Qf. Und solche Schritte dieser Form muss es natürlich immer am Anfang und am Ende eines solchen Teillaufs geben. Also, dass das Orange ist, ist nur hier ein Beispiel so. Es könnte ja auch ein anderes Kellerzeichen sein. Auch, dass das Q5 ist, wohin wir gelangen, könnte anders sein. Auch dieses Symbol A könnte anders sein. Aber es gibt irgendein erstes Symbol und das Orange, was man drauflegt, muss zu dem Orange passen, was man am Ende als letztes runternimmt. Und dafür gibt es wieder ein letztes Symbol. Und der Zustand, in den man dann gelangt, muss der gewünschte Endzustand hier Qf sein. Also, dass diese beiden Schritte haben miteinander zu tun. Und das könnten Sie jetzt für jede der Teilsprachen, könnten Sie auch solche Schritte finden. Hier haben wir was Blaues draufgelegt und was Blaues wieder runtergenommen. Hier haben wir was Gelbes draufgelegt und was Gelbes wieder runtergenommen. Das heißt, da gibt es immer ein paar von Schritten, das zusammenpasst, weil nämlich die Kiste, die in dem ersten Schritt in den Stack gespeichert wurde, in dem letzten Schritt am Ende wieder entfernt wird. Und da wir also mit einem Automaten arbeiten, der letztlich seinen Stack immer leert, wissen wir, dass auch jede Kiste, die irgendwo im Stack landet, auch an irgendeiner Stelle wieder entfernt werden muss, wenn der Automat letztlich akzeptieren soll. Das heißt, es gibt für jedes Element, für jedes Symbol, das gespeichert wird, einen passenden Schritt, in dem eben dieses Symbol wieder entfernt wird. Okay. Gut. Das heißt, wir sehen hier schon, was sehr Nützliches. Wir können nämlich jetzt mit dieser Erkenntnis die Bestimmungsstücke, die hier vorkommen, zusammenbringen und feststellen, dass also ein Teil dieser Sprache LQ0QF die Sprache ist, die man erhält, wenn man erst ein A liest, dann etwas tut, was in LQ5Q4 liegt, weil wir ja hier in Q5 sind, als das orange Symbol abgelegt wurde und hier in Q4 angelangen müssen, um das orange Symbol wieder wegnehmen zu können. Wobei wir aber eben diese A's und B's jeweils mitverarbeiten. Und das ist hier eine Teilmengenbeziehung, weil es natürlich nicht die einzige Art sein kann, wie man von Q0 nach QF kommt. Das ist ja nur ein Beispiel. Vielleicht gibt es noch ganz andere Übergänge, bei denen man nichts Oranges hinlegt oder irgendwas anderes tut oder andere Symbole einliest und was Oranges hinlegt. Das kann alles passieren, aber diese Möglichkeit besteht jedenfalls. A gefolgt von LQ0Q4 gefolgt von B ist ein Teil von LQ0QF. Und Sie sehen schon, wir nähern uns Grammatikregeln an. Das ist ja schon fast eine Produktionsregel, nicht wahr? Die uns nämlich sagt, wie wir ein Wort der Sprache Q0QF erzeugen können, indem wir A vor ein Wort der Sprache Q5Q4 hängen und anschließend ein B noch produzieren. Okay? Schön. Gut. Das heißt, wir können jetzt mal zusammenfassen, was wir bisher verstanden haben. Wir wollen für jedes LQR eine Variable VQR einführen, um diese Sprache zu definieren. Das hatte ich ja schon gesagt. Aus dem, was wir jetzt gesehen haben, folgt. Wenn es ein Kellersymbol A gibt, das ist mein Orange gewesen im Beispiel, und wenn es ein Symbol klein A und einen Zustand S1 gibt, so dass man vom Startzustand Q aus mit klein A ohne das Poppen vom Keller zu S1 gelangt und dabei A auf den Keller legt, und wenn es außerdem ein Symbol B und einen Zustand S2 gibt, so dass man von S2 aus, wenn man B einliest, das A vom Keller nimmt, in Zustand R gelangen kann, dann sollte die Grammatik eine Regel enthalten, die sagt, VQR kann ersetzt werden durch A gefolgt von VS1, S2 gefolgt von B. Das ist die Darstellung dieser Übergangsschritte in einer Grammatikregel. Und nach dem, was wir gerade gesehen haben, auch wenn es nur ein buntes Bild war, ist hoffentlich klar, dass das stimmt. Also, dass diese Regel erstmal nicht falsch ist, denn mindestens dieses Wort kann man auf jeden Fall, oder alle diese Wörter, die dieser Folge genügen, kann man auf jeden Fall erzeugen im Automaten. Die Frage ist natürlich, ist das schon alles? Sind das die einzigen relevanten Regeln, die wir brauchen? Erhält man damit alles, was der Automat in irgendeinem Lauf akzeptieren kann, oder muss man noch mehr machen? Okay. Naja, natürlich ist es noch nicht ganz alles. Und das sehen wir auch an einem sehr, sehr ähnlichen Beispiel hier. Hier habe ich mal wieder zwei Hügel, ja, aber es gibt eine weniger darunter liegende Schichten. Ja, das ist jetzt vielleicht ein Teil der Sprache, oder des Übergangs, des Laufs, den ich Ihnen gerade gezeigt habe. Nicht ganz, weil wir wieder mit Q0 beginnen, also egal, ist ja noch ein Beispiel. Und Sie sehen also, das gibt hier einen kleinen Hügel, der beginnt mit dem leeren Stack und endet auch wieder im leeren Stack. Das heißt, wir arbeiten den ganzen kleinen Hügel ab und anschließend folgt nochmal ein größerer Hügel, der auch wieder abgearbeitet wird. Und was das natürlich bedeutet ist, dass in diesem Fall das Gesamtwort nicht etwa ein Wort ist, was man erhält, wenn man ganz am Anfang eine Kiste auf den Stack legt, die dann die ganze Zeit über da bleibt und ganz am Ende wieder heruntergenommen wird, sondern das ist ein Wort, das man erhält, wenn man einen Teillauf durchführt vom Lernstack zum Lernstack und dann noch einen Teillauf vom Lernstack zum Lernstack. Die sind hier auch markiert mit den geschweiften Klammern. Der erste Teil wäre sozusagen in der Sprache LQ0Q1, weil hier in der Mitte gerade Q1 steht. Und der nächste Teil, der zweite, wäre in der Sprache LQ1QF. Da haben wir hier von Q1 nach QF gelangen. Das heißt, aus so einem Beispiel, aus so einer Skizze, sehen wir, dass LQ0Q1 gefolgt von LQ1QF in ein Teil der Sprache LQ0QF sein muss. Und interessanterweise habe ich überhaupt nicht über Übergänge gesprochen hier. Also ich muss gar nicht anschauen, wie dieser Automat eigentlich aussieht. Ich brauche keinen bestimmten Übergang, so wie wir es gerade hatten mit dem orangenen Symbol, sondern ich kann ganz allgemein sagen, für jeden beliebigen Automaten gilt das. Wenn überhaupt irgendein Wort uns vom Lernstack in Q0 zum Lernstack in Q1 führt und es irgendein Wort gibt, was uns vom Lernstack in Q1 zum Lernstack in QF führt, dann ist die Verkettung dieser Wörter auch eines der möglichen Wörter, das uns vom Lernstack in Q0 zum Lernstack in QF führen würde. Das ist immer so. Ob es überhaupt möglich ist, hier irgendwelche Wörter zu finden, das hängt natürlich vom Automaten ab, aber diese Regel, diese Inklusion ist auf jeden Fall richtig. Es muss stimmen, ja. Und das kann man jetzt auch wieder zusammenfassen, indem wir das mit diesen Grammatik-Symbolen VQR ausdrücken, indem wir nämlich sagen, für jeden Zustand S enthält die Grammatik die Regel VQR wird ersetzt durch VQS, VSR. Das ist eine Abfolge, die stets möglich ist. Wobei natürlich manche dieser Sprachen, dieser Teilsprachen vielleicht am Ende die leere Menge sind. Ja, es kann sein, es geht vielleicht gar nicht von Q nach S zu kommen mit Lernstack, aber das schadet nichts, wenn wir die Regel trotzdem haben, dann ist es halt eine Sackgasse, wenn man so eine Expansion durchführt, aber wir können sie auf jeden Fall mal in die Grammatik mit aufnehmen. In manchen Fällen braucht man es ja vielleicht. Okay. Außerdem brauchen wir natürlich noch irgendeinen Abschluss. Bisher haben wir ja nur Regeln, die eines dieser V-Symbole unserer Grammatik wieder ersetzen durch ein Wort, in dem noch ein V vorkommt. Wenn man das nur macht als einzige Produktionsregeln, dann kann man nie erfolgreich irgendein Wort erzeugen, was nur Terminalsymbole enthält, weil man ja immer wieder Nicht-Terminalsymbole einführt. Wir brauchen also noch einen Schluss und der Schluss ist hier leicht gefunden, denn wir können einfach festlegen, für jeden Zustand S haben wir eine Regel, V-S, S geht nach Epsilon. Ja, also wenn ich im Zustand S bin mit dem Lernstack und möchte zum Zustand S mit dem Lernstack kommen, dann ist eine Möglichkeit immer, dass ich an der Stelle einfach sage, sage, ach, ich bin ja schon da und nichts einlese und das würde dann dem Lernwort Epsilon entsprechen. Das geht auch natürlich in jedem Automaten, unabhängig von den Übergängen. Okay. Und damit haben wir jetzt schon drei verschiedene Arten von Übergangsregeln gesehen. Die eine, die tatsächlich mal Terminalsymbole einführt durch die Teilschritte, die der Automat vollführen kann. Und die zwei auf der eben gezeigten Folie, mit denen man einfach nur solche Teilläufe des Automaten hintereinander hängt oder leere Teilläufe zulässt. Das heißt, mal zusammengefasst, als Zwischenbilanz könnte man das jetzt so visualisieren. Die erste Art Regel ist die Regel, bei der man ein durchgehendes Kellersymbol hat, was am Anfang in den Keller gelegt und am Ende aus dem Keller herausgenommen wird, jeweils unter Verarbeitung von bestimmten Terminalzeichen. Da erhalten wir solche Regeln. Die zweite Regel ist die, bei der man zwei unabhängige Teilläufe hintereinander hängt und das Ergebnis dann verwendet, als die hintereinander Hängung der entsprechenden wird. Man könnte jetzt auf diese beiden Arten also einen beliebigen Lauf in immer kleiner werdende Schritte zerlegen. Wenn Sie so etwas haben, wie das, was ich Ihnen am Anfang gezeigt hatte, mit den vielen bunten Kisten, dann könnten Sie sich jetzt überlegen, wie die verschiedenen Teilsprachen in dieser Grafik zu finden sind. Und dann sollten Sie entweder immer die Möglichkeit haben, eine durchgehende Linie unten zu entfernen und rekursiv das Problem für diesen restlichen grauen Teil zu lösen, der ja auch wieder mehrere Hügel haben könnte natürlich. Oder Sie haben schon zwei nebeneinander liegende Hügel, die nichts Gemeinsames unter sich mehr enthalten und könnten Sie diese Zerlegung verwenden und dann auf die Art weiterkommen. Das heißt, auf diese Art können wir schon sehr viele denkbare Läufe eines Automaten in eben solche kleinen Teilschritte zerlegen. Und wenn wir alle Läufe erfasst haben, dann wissen wir, dass alles, was der Automat akzeptieren kann, auch mit der Grammatik dargestellt werden kann, mit unseren Regeln. Die große Frage ist jetzt natürlich, funktioniert das schon? Ist das ausreichend für alle Läufe des Automaten? Können Sie sich etwas vorstellen, das nicht in dieses Schema passt? Oder anders gefragt, gibt es irgendwelche Annahmen oder Nebeneffekte, die hier eintreten in diesen beiden Fällen und die vielleicht im Allgemeinen nicht immer so sind? Gut, können wir mal drüber nachdenken, kurz als kleiner Tipp. In meinem anfänglichen Diagramm hätte es solche Probleme schon gegeben. Also es gibt offenbar hier noch Schwierigkeiten, das kann ich schon mal verraten. Die Frage ist, wo ist diese Schwierigkeit? Was könnte hier noch passieren? Und naja, es ist am Ende relativ leicht zu sehen. Und das Auseinandernehmen von zwei solchen Hügeln teilt erstmal nur, soll ich sagen, vertikal das Bild auf. Aber letztlich, um die Hügel niedriger zu machen, müssen wir dieses Prinzip hier anwenden, bei dem wir die unterste Ebene entfernen und das auf den mittleren Teil zurückführen. Aber dieses Prinzip verlangt natürlich immer, dass wir am Anfang im ersten Schritt einen größeren Stack erzeugen und im letzten Schritt einen kleineren. Das heißt, es gibt hier nur einen Push und hier nur einen Pop. Ich hatte aber schon gesagt, dass natürlich auch denkbar ist, dass der Automat beides gleichzeitig tut, nicht wahr? Er könnte ja in einem Schritt Push und Pop ausführen. Wenn das geschieht, sehen wir immer eine Ebene in unserem Gebirge hier. Das heißt, da bleibt die Höhe des Stacks gleich, aber das oberste Zeichen ändert sich. Wie gehen wir mit so einer Ebene um? Na, das ist ein Problem. Wenn sich das obere Zeichen ändert, dann haben wir ja die Situation, dass wir nicht so eine durchgehende Linie haben. Also wir können nicht eine Stelle, an der das Zeichen sich mitten in der oder bei gleicher Höhe des Stacks geändert haben, das können wir nicht so verarbeiten. Es gibt aber auch in so einer durchgehenden Ebene kein Tal, bei dem wir den leeren Stack erreichen und was man dann so zerlegen könnte. Das heißt also, wenn wir zum Beispiel hier oben eine breite Spitze hätten bei unserem Hügel, dann könnten wir zwar alle Ebenen bis dahin verarbeiten, aber dann die oberste Spitze würde eine Teilsprache ergeben, die in keines dieser Schemen passt. Da müsste man also irgendwie noch was anderes machen. Das heißt, es geht nicht. Man kann hier nur Läufe generieren, bei denen sich die Höhe des Kellers in jedem Schritt verändert. Wenn der Keller gleich hoch bleibt über mehrere Schritte, können wir diese Zurlegungen nicht anwenden. Das heißt, wir brauchen irgendwie noch eine Lösung für dieses Problem. Und jetzt könnten Sie denken, ja, da fehlt vielleicht noch eine Art von Grammatikregel, aber wir treten lieber einen Schritt zurück und überlegen uns, ob wir dieses Problem nicht anders ausschalten können. Es ist nämlich so, dass letztlich das ja nur dadurch passiert, dass der Automat gleichzeitig Push und Pop ausführt. Und man kann sich leicht überlegen, dass das ja eigentlich vielleicht nicht nötig ist. Der Automat könnte ja diese beiden Schritte hintereinander ausführen, anstatt in einem Übergang. Und so eine Umformung können Sie sich wahrscheinlich auch überlegen. Also man kann PDAs so abwandeln, dass sie in jedem Schritt nur Push oder Pop, aber nie beides gleichzeitig ausführen. Ja, wie könnte das gehen? Na, wenn Übergänge mit Push und Pop existieren, dann zerlegen wir die einfach in zwei Schritte. Wir fügen einen neuen Zwischenzustand ein, den wir als mittleren Schritt in der Operation benutzen. Und dann wird zuerst mit einem Pop zum Zwischenzustand übergegangen und dann wird vom Zwischenzustand aus ein Push ausgeführt. Und was gepusht werden soll, das wissen wir an der Stelle, weil wir diesen Zustand extra für diesen einen Fall angelegt haben. Das heißt, aus diesem Zustand gelangen wir nur raus, wenn wir das richtige Symbol pushen, was wir auch sonst gleich in einem Schritt gepusht hätten. Okay. Wir können außerdem auch sicherstellen, dass der Automat nicht keines der beiden tut, denn das ist auch in gewisser Weise ein Problem bei dieser Zerlegung. Und vielleicht nicht ganz so gravierend scheint, aber trotzdem ungünstig für das, was wir bisher gemacht haben. Wenn nämlich der Automat gar nichts mit dem Stack tut, weder Push noch Pop, dann haben wir auch so eine durchgehende Fläche, wo uns die Spitze fehlt in der Pyramide. Und das können wir aber auch darstellen, indem wir einfach irgendetwas pushen, was wir dann gleich wieder mit Pop entfernen. Also das heißt, die Fälle, in denen Epsilon Push und Epsilon Pop entstehen, können wir auch so lösen, wie dass wir mit Hilfe eines Hilfszustands lösen. Nur der einzige Unterschied ist, dass in diesem Fall natürlich erst das Hilfszeichen gepusht wird und dann dasselbe Hilfszeichen wieder mit Pop entfernt wird. Hier wollen wir erst mit Pop etwas vom Keller nehmen und dann mit Push etwas Neues drauflegen. Okay, das gibt uns dann einen Automaten, der in jedem Schritt die Größe des Kellers verändern muss, der nicht mehr einen gleich hohen Keller beibehalten kann über mehrere Schritte. Und für diesen Automaten gilt dann tatsächlich die Grammatikvariable VQR mit all diesen Regeln, die wir bisher kennengelernt haben, erzeugt ein Wort W genau dann, wenn der Automat P von Q im leeren Keller zu R im leeren Keller gelangen kann. Also genau dann, wenn W in dieser Sprache LQR liegt. Dann haben wir alles. Das müsste man jetzt natürlich noch beweisen. Das zu behaupten ist nur der erste Schritt. Das möchte ich uns an der Stelle ersparen. Ich glaube, es ist schon lang genug, das Video, was ich hier gemacht habe. Das Wesentliche ist, die Konstruktion zu verstehen. Und das Wesentliche ist zu verstehen, warum die Konstruktion funktioniert. Ich glaube, wenn Sie verstanden haben, wie die Konstruktion arbeitet, sind wichtige Teile des Beweises eigentlich schon klar. Man müsste sie jetzt nur noch ordentlich mathematisch aufschreiben. Auch nicht ganz leicht immer. Da muss man sich auch einige Gedanken machen. Aber die Kernidee ist diese Übersetzung. Wenn Sie einen ausführlichen Beweis lesen möchten oder mal anschauen möchten, wie sowas aussieht, dann könnten Sie zum Beispiel bei Sipser, das ist eine der Literaturquellen, die ich Ihnen empfohlen hatte, das in Abschnitt 2.2 finden. Da ist auch die Konstruktion der Grammatik genau so, wie ich sie hier gezeigt habe. Das kann man also genau übertragen. Okay. Gut. Das ist es. Das ist die wesentliche Umwandlung in eine Grammatik gewesen. Und damit ist jetzt der Beweis komplett. Und wir können noch einmal zusammenfassen, was wir eigentlich tun müssen, um von einem Automaten zu einer Grammatik zu kommen. Hier sehen Sie alles auf einer Folie. Also, zunächst einmal müssen wir unseren Automaten abwandeln. Wir müssen ihn abwandeln, sodass er genau einen Startzustand und genau einen Endzustand hat, dass der Keller vor dem Erreichen des Endzustands immer leer sein muss und in jedem Schritt ein Pop oder ein Push ausgeführt werden muss. Aber niemals beides gleichzeitig und auch niemals keines von beiden. Wenn das alles gegeben ist, dann können wir eine Grammatik definieren, die wir einfach aus drei verschiedenen Typen von Regeln zusammensetzen. Zunächst einmal für alle Zustände Q, R, S1, S2, alle Zeichen A und B und alle Keller-Symbole A in Gamma. Falls es die passenden Übergänge gibt, wie ich sie schon mal erläutert hatte, dann fügen wir eine solche Regel hier hinzu. Also, es sind eine Menge Kombinationen natürlich, die hier eine Rolle spielen. Also, wenn Sie das durch Betrachten aller möglichen vier Tupel von Zuständen, Paaren von Zeichen und Kellersymbolen A tun wollten, dann würde das sehr viel Zeit kosten. Aber natürlich, wenn wir einen konkreten Automaten vor uns haben, dann können wir das viel, viel zielgerichteter machen. Wir beginnen dann mit diesen Übergängen, die es überhaupt gibt, um ein Symbol auf den Keller zu legen und suchen für jeden dieser Übergänge einen passenden Übergang, mit dem man dieses Symbol auch wieder vom Keller entfernen könnte. Und dann ergibt sich alles, was weitere, was hier an Bestimmungsstücken gefragt wird, aus diesen Übergängen. Okay. Das sind also die wichtigsten Regeln in gewisser Weise. Das sind die, die mit dem tatsächlichen Automaten zu tun haben. Zudem führen wir noch diese Verknüpfungsregeln ein, bei denen wir zwei Teilableitungen zusammenfügen an einem mittleren Zustand S. Und wir müssen auch zulassen, dass ein Zustand S zu sich selbst übergeht, ohne dass dabei irgendetwas eingelesen wird. Und dabei der Keller leer bleibt natürlich. Das ist hier dieses Epsilon. Okay. Dann ist die Sprache des Automaten die Sprache, die man erhält, wenn man von Q0 nach Qf geht. Und die Grammatik mit diesen Regeln erzeugt diese Sprache, wenn wir das Startsymbol verwenden. V Q0, Qf. Das sollte man nicht vergessen, dass das natürlich auch dazu gehört. Diese Regeln sind schön und gut, aber man muss natürlich auch das richtige Startsymbol benutzen für so eine Grammatik. Das wäre hier das, was von diesem einen Startzustand zu dem einen Endzustand führt. Okay. Alles klar. Damit wissen wir, wie es geht im Prinzip. Jetzt habe ich noch ein Beispiel auf einer Folie, um Ihnen zu zeigen, wie es dann in der Praxis aussieht. Das ist ein Automat, den Sie schon gesehen haben. Das ist der Automat für A hoch I, B hoch I. Wir markieren den Boden des Kellers mit S. Dann lesen wir A's, solange wir A's sehen. Falls das erste B auftritt, wechseln wir in den B-Lesezustand und entfernen bereits ein A vom Keller. Im B-Lesezustand werden A's weiter entfernt, sofern wir genügend B's in der Eingabe sehen. Und wenn dann letztlich der Kellerboden auftaucht, können wir in den einen Endzustand. Dieser Automat hat freundlicherweise schon die Form, die wir fordern. Und wir können jetzt völlig mechanisch im Prinzip diese Regeln bilden. Die meisten davon sind sehr langweilig. Hier diese Epsilon-Regeln und auch diese Verkettungsregeln sind länglich, wenn man sie alle aufschreiben will, aber immer gleich. Die interessanten Regeln sind die, die hier ganz oben stehen. ASF ist unser Startsymbol. Denn S ist der Startzustand und F ist der Endzustand. Und von S aus kann ich unter Lesendes von Nichts, des leeren Wortes Epsilon, ohne etwas vom Keller zu nehmen, ein S auf den Keller legen. Und von B aus, und komme dabei nach A, und von B aus kann ich, ohne etwas zu lesen, S vom Keller nehmend, nichts auf den Keller legend, zu F gelangen. Und wegen dieser beiden Übergänge, dieser hier, der das S auch drauf legt, und dieser, der das S wieder entfernt, erhalte ich diese Regel. Und in der Mitte ist VAB, weil A und B die Zustände sind, die man noch überbrücken muss, wenn man diese beiden Teilübergänge nur durchführt. VAB ist, A ist der Zustand, in dem wir ein A auf den Keller legen können, wenn wir ein A in der Eingabe sehen. Und jetzt brauchen wir also Übergänge, mit denen man ein A vom Keller herunternehmen kann. Und da gibt es hier zwei. Diesen, der uns von A nach B führt, und diesen, der uns von B nach B führt. Und der erste, der hier verarbeitet ist, ist der von B nach B. Das heißt, von B nach B gelange ich, indem ich ein A vom Keller entferne. Und wenn ich das zusammenbringe, wenn das das gleiche A sein soll, was ich hier in diesem Übergang auf den Keller gelegt habe, dann muss ich dazwischen noch ein Wort haben, was mich irgendwie von A nach B gebracht hat. Denn das hier kann ich nur im Zustand B tun, und das kann ich nur im Zustand A tun. Okay, und dabei werden die Inputs A und B verarbeitet, deshalb A und B. Dann gibt es noch die zweite Möglichkeit, dass das A, was hier aufgelegt worden ist, in diesem milderen Übergang entfernt wird. In diesem Fall haben wir die Sprache VAA hier in der Mitte. Es ist also nicht nötig, da nach B zu gelangen, weil das vom gleichen Zustand aus möglich ist, das A draufzulegen, das A wieder wegzunehmen. Und VAA könnte man zum Beispiel auch durch Y ersetzen. Und dafür haben wir hier eine Regel. Oder durch eine Verkettung von mehreren VAAs. Was Sie natürlich sehen hier, wie es schon da steht, ist, Nicht alle Regeln, die hier angegeben sind, sind wirklich nützlich und von Bedeutung, um diese Sprache zu erzeugen. Also die Tatsache, dass ich VAA beliebig oft hintereinander hängen kann, wenn ich dann am Ende doch nur das Ganze durch Y ersetze, ist also ziemlich wenig nützlich. Die wichtigen Regeln sind hier oben. Aber es ist eben auch ein völlig mechanischer Algorithmus, der nicht fragt, welche Läufe es tatsächlich gibt, sondern nur fragt, welche Läufe es im Prinzip geben könnte. Und sicherstellt, dass alle diese potenziell möglichen Läufe auch wirklich abgedeckt sind. Okay, gut, schön. Also Sie sehen, das Verfahren, was am Ende entsteht, ist eigentlich relativ einfach. Aber es hilft auch sehr zu verstehen, wieso dieses Verfahren so ist und nicht anders. Das hilft uns auch dabei zu merken, wie es funktioniert und im Zweifelsfall auch vielleicht mal was dazu zu erklären, wenn so eine Frage auftauchen könnte. Okay, damit haben wir jetzt also gelernt, wie Kellerautomaten mit Kontextbreiten Sprachen zusammenhängen. Wir haben gesehen, dass jeder Kellerautomat eine Typ-2-Grammatik beschreibt oder als durch eine Typ-2-Grammatik beschrieben werden kann in dieser Form. Dass die Grammatik Typ-2 ist übrigens, können wir vielleicht auch nochmal feststellen. Ja, also das können Sie sehen an dem, wie ich sie konstruiert habe. Da sind nur kontextfreie Regeln notwendig gewesen. Und die andere Richtung hatten wir im letzten Video schon gesehen, nämlich, dass es möglich ist, für jede beliebige Grammatik einen Automaten zu erzeugen, der im Prinzip Linksableitungen in dieser Grammatik simuliert. Das heißt, der die Expansion von links her konstruiert und dabei die erzeugten Terminalzeichen mit dem Input vergleicht. Und das sind die beiden Richtungen und damit haben wir diese Äquivalenz. Das war es für heute. Beim nächsten Mal wollen wir uns anschauen, was es eigentlich zum Thema Determinismus, Nicht-Determinismus zu sagen gibt. Bisher hatten wir ja nur nicht-deterministische Kellerautomaten kennengelernt. Gibt es sowas wie deterministische Kellerautomaten überhaupt? Sind die auch wie die endlichen Automaten äquivalent? Oder machen die was anderes? Das werden wir im nächsten Video aufklären. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.